So, die dritte Aufnahme hat begonnen. Unser heutiges Ziel ist... Hallo, hoi! Sunny, was machen wir heute? Bäume abreißen, Kühe sterben. Nein, wir vergrößern unser Tiergehege und gehen dann mit Bloody und Onkel einen Hund fangen. Genau, und heute ist auch Bloody dabei. Der war ja bisher nur einmal bei Brickforce mit uns unterwegs. Sunny, ist das dein Hund? Ja, sitzt ja nicht schön da. Fährst dann wie die Hundehöl da. Das ist Peter, nee, das ist Friedrich. Er ist schon Level 1. Wow! Onkel, auch Werkzeug, gut. Servus! Hallo! Aber ja. Ähm, soll das jetzt parallel zu dem vorhandenen Weg und parallel zum Gehege gemacht werden, oder was? Ähm, ja, erstmal. Genau, einfach jetzt hier nur die rechte Seite und auch nur die kleinen Bäume und das Gestripp wegmachen. Ähm, weil die großen Bäume eigentlich nicht stören. Also die ganz großen. Und wenn du einen Baum abbaust, bau ihn am untersten Stamm ab, weil dann zerfällt der komplette Baum. Und meistens auch die Blätter außen rum. Näh. Von zwar noch nicht so ganz. Nee, du musst den aller untersten immer abbauen, sonst funktioniert das nicht. Irgendwie doof. Verdammt. Du musst, hättest doch einfach den Block wieder setzen können. Na. Verdammt. Ist doch egal. Himmelskrieger sagt, das Plugin sollen wir drin lassen. Sani. Ähm, ja. Wollte gerade irgendwas holen, aber ich hab's wieder vergessen. Haben wir eigentlich Erde? Ja, guck mal bei dem Hund im Inventar. Ach. Ja, das wollte ich ja noch. Hast du schon ausgemacht? Äh. Ja, wir haben Erde. Ach, man kann das Hunde-Inventar nur aufrufen, wenn der Hund in der Nähe ist, okay. Ja. Sag ich mich grad gewundert, hey, you must call Wolf-Name first, okay. Ich hab'n Dirt. Das, was ich eigentlich holen wollte, nicht wieder stehen lassen. Ja. Okay, also, wir sollten vielleicht auch den Lagerraum heute mal fertig machen und sowas. Also, Lochgraben zu viert. Lochgraben? Ja. Das Loch muss größer werden für den Lagerraum. Was für ein Loch? Was für ein Lager? Was für ein Lager? Warum liegt hier Stroh? Ah, keine Ahnung. Eigentlich warum liegt hier Stroh. Sag bloß, Pebble, du weißt, warum da, also, Stroh liegt. Ja, da ist auch unser Feld, deswegen liegt da Stroh. Geh mal ein wenig, äh, Gravil. Machen Sie. Plopp. Eine Gravillmine. Okay. Onkel, dein sinnlos rum. Na. Na. Geh weg. Nein. genau neue lieder sind in der playlist wenn ihr die playlist wenn ihr die lieder auch haben wollt oder nachgucken wollt welche lieder das sind um bit.ly slash m a großes xx und dann ed oder einfach im cubenation forum nachgucken da haben wir auch die playlist also der bitly link gehts ins forum schon schwer gellonkel bitly du hast das punkt vergessen ach bitte ach stimmt bit.ly slash max jetzt haben wir den schönen dschungel weggebaut ja genug dschungel links herum genau und wir so wollen vielleicht auch mal sand fahren muss in die wüste suchen dann können wir mal einen trip in die wüste machen wir machen erst bauen wir unser gehebeln gibt es irgendwo noch dort dort habe ich alles hier frag mal onkel zu krass würde ich das mal ja mann zu groß würde ich das jetzt also nicht zu groß sondern zu hoch würde ich das jetzt nicht mann also so passt es aber dann wo es am rand abfällt zum mehr runter nicht den zaun auch einfach wir lassen den zaun hier nach innen wachsen ja ich hab hier noch 9 10 11 12 13 stacks schmeiß mir mal was hin jetzt haben wir es doch nicht wieder ein danke danke moment der hund kriegt dafür das hier und das hier und hat wolf drop nicht an böser hund dann kriegst du es warte kann ich das äh lol was war jetzt wo bist du hin äh okay ich hab ne falsche makro taste gedrückt ich wurde zu meinem home geportet wo bin ich hier denn du bist da hier rette mich mann du bist da unten nico seiner pilzfarm oder nein bin ich nicht ich bin 100 blöcke vom dorf porte mich mal zurück bitte nur amateure danke nein weil es dann hat gesagt ich darf keine befehle mehr eingeben also wenn das nicht der befehl ist das ist ja auch nicht ist es ja auch nicht der auch nicht der auch nicht mehr und der auch nicht das ist der befehl und er nein das war innen nein nein wir wollten einen natürlichen Ablauf ne oh ja natürlich ich hab gedacht du hast es gerade gehört gehabt ihr baumschmusei 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 ich bring mal ein bisschen dort ins lager hast du etwas so viel ja woher im inventar vom hund ach so naja stimmt der kamer von irgendwo ne ja das war auf einmal alles da und unser lagerhaus war auf einmal leer also ich weiß auch nicht wie das passieren kann hey hey Tommy hey ich hab leider kein Schwert hast du dich gerade rausgebackt ich glaub's ja wow Skelett ich hab meine Heule mein Heule ist meine Heule Axt so rum ich hör unter den Zombie knurren um mal eben eben wollen wir nicht lieber ins Bettchen ist noch ein paar Knochen ach willst du ein bisschen müde ja ja naja eigentlich können wir wach bleiben dann geht's ja nicht los ja mein Glückwuniger doch keine Memme aber nein ich meine nur das ist kein Creeper um die Ecke kommt und sagt oh ist aber eine schöne flache Wiese die ihr da habt boom geh ich Katzen fangen mach halt ein großes Gege für alle Tiere Onkel oder? nee nein wir unterteilen die hallo oder nicht nö ich fänds eigentlich nicht schlimm wenn die aber es ist ja echt ein großes für alles ist doch da unübersichtlich das ist doch gar nicht äh hier oder was ja dann mach halt dann mach halt wenn du die auseinander bekommst roch'n rohle ja ja story auch Creeper Creeper wo? ich weiß nicht ob bei mir kommen echt gute Legs manchmal und BOOM verdammt nein was tust du? der hat Fänger gemacht da kann ich nix für unschuldig mehr weg Zahn nicht mehr weg machen ich glaub so passt es schon und nur verstecken ja verkraft dich halt auf der rechten Seite erhöhen Onkel Eimex du hast meine Angel oder? nein vielleicht hat mein Hund hier die Angel ich guck mal nach nö hat er nicht haben wir jetzt eigentlich genug Graviel? ne haben wir nicht ne 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 hier hinten muss der Weg weiter gemacht werden ich geh mal auf die Suche nach Graviel und hier erhöhen Onkel? äh eine Fläche ja für noch zwei Gehege ok sprich noch ein bisschen mehr Gemüse abbauen oh alter Hundi warum rennst ich mir nach? hm kein Dach Graviel kein Dach Graviel ich hab ne Spinne gehört Leute Strings für neu angeln hm 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 ja so kommen sie da nicht hoch ja so kommen sie da nicht hoch das wäre aber irgendwie cool wenn man auch einfach so an freihängenden Lian hoch könnte sollte das nicht gehen eigentlich? nur an Bäumen geht das schau' ja mal ne entweder war das bei brett oder irgendwo anders mal gelesen im Chat das implementieren wollte aber stell mir vor der kannst ja gar nicht mehr richtig durch den Dschungel rennen ohne andauernd hoch zu gehen ohne andauernd hoch zu gehen naja kann man ja blickrichtungsabhängig machen das hier muss noch alles eingedeckt werden? ja ok ok dann geh ich mal der Ton ach das Piano haut da wir jetzt ganz schön rein das Morialta naja ja ja jetzt ist es aus oder was jetzt beginnt wieder toll andere 20 Sekunden sind immer das mit hier so dunkel Nenner ist 2 9 ich würde mal sagen in zehn minuten muss ich ganz kurz mal nach dem hunden gucken dann komme ich also zehn minuten kurze aufnahmepause und dann gleich weiter okay wir hatten ja nicht so tief nee diese nicht die sind verreist das sind also nun für maps und ein tibet herrschling tibet herrschling aber der ist jetzt schon 17 also den gibt es wahrscheinlich nicht mehr lange gibt es bald nicht mehr lange ich hab den flash im hals hallo ankel hallo 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 das ist ein random man wir sind nicht ausgerüstet ich überlege gerade ob wir den den verlauf des weges hier etwas er hat uns der block geklaut ja komm mal hier bei mich bei ich komme zu ihnen bei vorgucken guten tag den weg hier wo es eine gerade hochkommt den sollten wir mal ein bisschen ändern wir haben jetzt hier eine linie und machen hier ein u knick c keine ahnung sollen wir den gerade hochlaufen lassen und den weg dann ein bisschen nach außen verlagern dann haben wir einen weg also eine gerade sage ich mal und haben hier dann noch mal platz um das gehege dann wieder viergig zu machen also das ist hier der weg außen hoch geht oder wie dass der weg gerade hoch geht also dass ich hier gerade ja würde ich schon sagen dann kann es dann muss dann muss halt die dicke eiche hier weichen und dann pflanzen wir dafür eine neue die musste nicht weichen oder möchtest du den kompletten weg dann um eins verschieben ach ne eben nicht wenn der weg hier eins weiter geht dann fahren wir halt voll durch den baum ja aber ich meine wenn der hoch geht dann müssten wir hier den ganzen weg auch um zwei rüberschieben richtig ja das hatte ich sowieso vor aber dann darf ich den baum kaputt machen ja klar natürlich ach du scheiße aber du darfst dann auch die baumkronen abbauen hihihi also für oder oder das sunrise geht jetzt hoch auf die oberste baumkrone und du baust uns den baum ab und er baut sich dann runter von den resten und dann geht der ganze baum weg und er fällt runter finde ich gut machen wir die äste gehen ja nicht sofort weg die äste bauen sich ja erst ab oder ja wird auf jeden fall noch nicht oben unser tatsam uuuh haben wir eigentlich schon ein wohnhaus jetzt eigentlich mal so richtig mit betten und so weiter so was gemütliches da hätte ich dann auch eine idee und zwar vollgemer unauffällig ich will es in einem berger rein bauen sprich unauffällig ähm na wieso das siehst du ja nichts von das ist ja nicht das ist ja nicht dann schön gebaut oder wir wollen ja in der landschaft ein bisschen was bieten ja vielleicht können wir ein baumhaus oben das können wir auch das können wir dann als feriendomizil oder so hier wo ich jetzt stehe haben wir so einen kleinen ausläufer wo halt jetzt alles noch bewachsen ist ja ähm und wenn wir äh das scharf hat gerade Gravel gegessen machte nichts oh mein Gott ah steinschlag steinschlag ähm ich bin jetzt hier um auf dem Baum ja äh du bist auf dem falschen voll gut ich kann rüber springen paar Zahn paar Zahn paar Zahn so bleiben vorsichtig jetzt kann es sein dass es kurz leck ähm nein schnick schnack äh dann nicht los jetzt hau Achtung er berechnet er er denkt nach was hast du schon abgeschlagen ja ne oder du musst zwei Blöcke abschlafen dann mach noch einen zweiten genau halt mal X-30 zusammen nicht einmal das kannst du nein der Baum zerlegt sich nicht warum nicht oh mein Gott halt einfach nicht lol nein weil da ist unten drunter ähm du liegst frei hol die Wurzel raus hol die Wurzel raus oh weiher da guck mich mehr an oh oh äh Muffel ich hab ne Idee oh verdammt nein 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 du kannst ja nicht ganz drunter bauen mach die wieder weg kacke ja da geht doch das ist meine Haupte so jetzt haben wir auch wieder Holz oh war das knapp ja hier weiter unten erste Ausleger alter wie viel oh oh mamma mia da hat's knack gemacht lebt noch auf den Häuskloppen arbeiten in so einer Höhe sind nix für bewegungslegastheniker wie mich oh sehr schön Sunny du weißt das Blatt unter dir wird gleich verschwinden wird's nicht mach mir keine Angst oh nein super du hast bloody gespliffed oh super du hast bloody gespliffed er hat sich nicht mit einberechnet er ist ein Mathematiker er rechnet alles aus haben wir schaufeln? wo ist mein Inventar? das liegt hier noch oder? dein Inventar liegt da noch hier unten liegt das rechts rechts grad aus da weiter weiter hier einfach grad aus ah schön alles wieder beisammen miau miau mach mal die Katze da weg hier ja okay das ist nicht meine meine